PayPal ermöglicht jetzt einfache Kryptozahlungen. PayPal und Venmo haben den Ethereum Name Service, ENS, in ihre Zahlungs-Apps integriert. Damit können Nutzer Kryptoassets schnell, einfach und sicher verschicken, indem sie nur den ENS-Namen eingeben. Die App ordnet automatisch die korrekte Wallet-Adresse zu, wodurch Fehler und Verluste vermieden werden. Eine Kontaktliste mit häufig genutzten Empfängern sorgt zusätzlich für bequemere Transaktionen. Diese Features sind aktuell nur in den USA verfügbar, wo PayPal und Venmo von fast 270 Millionen Menschen genutzt werden. Durch die Integration stieg der Wert des Ethereum Name Service kurzfristig um etwa 5% auf 17,06 US-Dollar. Immer mehr Entwickler setzen auf kurze Namen statt lange Adressen, so auch Coinbase mit ihrer L2-Blockchain BASE. Diese Meldung erschien zuerst auf unserer Website. Für weitere Informationen zu Kryptowährungen abonniere unseren Kanal oder schau dir das nächste Video an.